hallo liebe kater und katzen und die in der karte oder katze haben und willkommen zu einem neuen vlog hier aus österreich wo denn auch sonst hier in den bergen mal wieder bei den sieben zwergen und ich glaube die wohnen da unten deswegen werde ich da gleich mal hingehen und ja hier ist natürlich alles grasgrün und was macht man natürlich im november in den bergen natürlich skifahren ich bin hier allein auf weiterflur guck mal da ist keiner da ist keiner ich bin hier alleine und ich würde sagen bevor jetzt noch irgendwelche leute kommen und sich fragen warum spricht der typ mit seiner kamera hier ist total allein in den bergen würde ich sagen wir beginnen jetzt beim skifahren also hier ich bin hier Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020